20 Jahre, nachdem der Winzer Carrie Blackwell verschwunden ist, kommen neue Hinweise ans Licht. Höchste Zeit, dass ihr diesen Murder Mystery Case File übernehmt. Sichtet das Beweismaterial, begutachtet Fotos, Zeitungsausschnitte und Zeugenaussagen. Wer hatte ein Motiv? Wer die Gelegenheit und kein Alibi? Und wer Zugang zur Mordwaffe? Findet Antworten und erfahrt, was damals wirklich geschah. Murder Mystery Case File. Der Tote im Weinkeller. Ein spannendes Detektivspiel. Kosmos. Hier spielt das Leben.